Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde der Sonne zu einer schönen weiteren Folge Spinning Leap mit dem verletzten Düssel und mir erhumpelt, erhumpelt und in der letzten Folge sind wir zu diesem schönen großen Schiff gefahren wir stehen davor zu dem Heilflugzeugträger ja zu dem Heilflugzeug, wo ist eigentlich das andere Schiff? unter Wasser ähm die Riesenkrake ja genau oh hi du musst mich aber, du musst uns auch so mal rausziehen, weil ich kann nicht springen ähm wir wollten jetzt wegfahren wir haben gesagt, wir wollen weg hier ey, wir haben noch eine Schiene drin ja dann, dann brauchen wir ja gar nicht weg nö da müssen wir halt nur mal wieder eine neue Schiene reinpacken halt auf jeden Fall weil ich finde ähm eine Schiene sollte auf jeden Fall rein wollten wir nicht ein Feuer hier bauen ja, wollten wir hä, ich schiene nicht raus und ich habe kein Trinken dabei, weil ich war so mega intelligent und hab mir nichts zum Trinken mitgenommen ich hab eigentlich voll Durst äh, voll Durst ja, wir haben Stöcker, wir haben also, Trinken können wir machen hier Essen nicht ne, Trinken können wir auch nicht machen wir haben kein, äh, nichts zum Drunterlegen wir machen uns wieder auf den Weg da zu der Insel in den Dunkeln, ey in den Dunkeln, ey in den Dunkeln, ey in den Dunkeln, ey zu der da, ne? wir fahren nach Haus ra bimmel, ra bammel, ra bumm bumm dann können wir jetzt mal gucken, was aus dem Shelter ist ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, mit deinem Flo ist da vorne ist das optimal okay wie sie sehen, sehen sie nix aber davon eine ganze Menge wie viele haben wir denn dabei keine Ahnung wir können ja mal schlafen habe ich, ähm, bin ich ehrlich, gar nichts dran gedacht ich hätte jetzt das genommen mal kurz sagen, wir bewegen uns das hat so in sich ne, wenn das Boot gezogen wird das Bett wollte ich grad sagen du ziehst das Bett übrigens vergiss nicht, hier waren noch die großen Krabben ja, passt cool ähm ähm äh ich glaub du hast du deinen Arm verloren steine steine hätten wir auch hier, das ist gut ja, ja, nicht nur steine ähm palmwiedel auch, äh, diese, äh, diese, äh, kleinen Fähnchen auch ähm 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 bring das zum Bettboden okay, was hab ich mit dem Bett jetzt auf einmal ich baue jetzt erstmal schnellen Räucherofen ja bist du noch, äh, äh, Holz? ja, in der einen Kiste ey, das Ding, das Beschriftungsgerät braucht mir nicht, den Hammer brauchen wir nicht, den Hammer brauchen wir nicht totaler Schwachsinn weil, für was? ich brauche ein Seil äh, ist hier drinnen in den Kisten musst du mal reingucken auf jeden Fall einfach mal reingucken so, Ofen steht super Fernglas, brauchen wir ein Fernglas nochmal? nö weil so dann ist die Kiste nämlich ich jetzt aufs Boot stelle leer hattest du noch ein Seil im Inventar? nein, in den Kisten hier hier, guck mal, hier sind Seile drinnen Transportmittel, Treibstoffeinheit brauchen wir auch nicht mehr ey, was wollen wir mit so viel? weg und wenn nicht, wir finden sowieso wieder das stimmt ne du hattest auch irgendwo Stoff, ne? auch damit eingepackt so, wir brauchen ein Palmwedel hier ist dir, das Ding das heißt, er muss, da ist sie ja ok, sie hat mich gesehen hier kommt sie hoch hier kommt sie hoch sehr gut im Treppen damit habt ihr da gesehen, wie gut ich getroffen habe? ich habe gar nicht getroffen, ey das Wasser wird sich darum gekümmert super das ist nicht dein scheiß ernst das ist nicht dein scheiß ernst unmöglich und dem muss ich aufheben mein anderer ist weg der ist hier reingebackt in den Stein schweinerei kannst du das mal mitnehmen? und dann kannst du dich mit dem Essen kümmern ja ja also jetzt nichts mehr in der Hand dann hättest du jetzt noch ein Plätzchen frei lustig, dass ich das gar nicht aufheben konnte ja da haben wir aber auch noch Fleisch drinnen nicht schlecht schlechtes Fleisch? nein ich sage oh nicht schlecht wir haben nur große Stückchen drei kleine haben wir dann noch hier liegen ich lege die so lange hier in den Sand wir können die dann natürlich auch schon wieder zum Boot bringen was können wir zum Boot bringen? äh zum 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 na hier da dahin zum Schiff zum Schiff ja aber ey wir müssen ja auch was essen ja aber wir werden ja nicht alles essen gucken ich würde auch persönlich sagen wir machen das hier ähm leer ich gehe mal auf die Schiffe hier Fässer Fässer Fernglas super braucht man immer das ah guck mal eh perfekt vielleicht wieder mein Schwer Stoff haben wir auch auch was haben wir denn hier? Transportmotor Transportmotor braucht man nicht das nehme ich mit das nehme ich mit also ich nehme die Kiste nehme ich auch mit ne weil da ja 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 so 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 das gleich weg auch mit zack perfekt so äh bei dem Schiff war ich hier haben wir auch noch irgendwas Aua Aua ähm okay okay sind wir mit lassen wir hier lassen wir auch hier gut die Schiffe sind gelootet okay bing okay okay just a perfect wie schauts aus mit dem Fleisch hier kannst du was essen das ist aber nur gekocht aber ist egal hauptsache du hast was am Magen oder oder mhm trinken ist grad viel wichtiger ich hab gerade getrunken ich auch ist gerade in dem Oblikum äh äh komm ok ess mal was dann kann ich die beiden letzten Dinger hier dranhängen pass auf die in der Mitte sind noch nicht okay okay perfekt perfekt weiter weiter sie sind sie sie ist sie auch wieder leer also hören sie mal wie die planten haben wir als ich nicht ganz normal gucken ja ja warte so vorteil weil sonst würde ich nicht noch mal ein regal aufs brot stellen ich glaube es wäre sinnvoll hier haben wir mal ich glaube das war es wie ich brauche denn 22 oder 23 ach verdammt zwei haben wir gerade noch gefunden scheiße weil ich leer leer 3 ist noch jetzt hier drauf ich glaube wir haben auch keine mehr jetzt hier nur noch planken klang nicht so einfach stellen was brauchen wir für den sägebock klanken ich finde du machst hier schon drin ja dass du die kiste gar nicht mitgenommen hast ja die habe ich gar nicht gesehen bin ich ehrlich die habe ich nicht gesehen die habe ich nicht gesehen so schnell kann es gehen halt kann komfort aus so schön dass du noch mal drauf warst dann in dem moment ja habe ich auch noch nicht gesehen ja geil da ist das dritte verlorene stück hast du das jetzt mitgenommen ne ich konnte er er hatte keinen platz mehr aber warte mal ich kann doch jetzt hier geil wie du mit deiner schiene läuft einfach finde ich cool gemacht das das die lampe brauchen wir auch nicht frage ja mal für ein freund wo hast du die hingepackt was denn hinten rechts hinten rechts hinten ja kannst du stück hoch gucken kannst du mal die kiste da weg nehmen ok 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 Wie sieht bei dir der Essenstechnisch aus? Voll. Gut. Was Essen angeht, ist es nicht wirklich gut gerade. Trinken? Ja, da könnte ich. Aber ich habe gerade nicht getrunken, weil ich wusste nicht, wie du bist. Ich habe einmal nicht getrunken, weil es war. Okay. So, machen wir ein bisschen rot. Okay, die ist leer. So, die ist leer. Die mache ich leer. Die ist auch leer. So, wir müssen unser Boot ausbauen. Wieso, meinst du in den Kisten? Wo ich glaube, du kannst jetzt ja auch noch eine zweite Reihe machen hier, ne? Ja. Aber da würde ich vielleicht eine breiter machen und dann da noch die Kisten nehmen. Weißt du? Eine links, eine rechts raus und dann Kisten nochmal. Fertig. Dann hast du wirklich richtig gut eigentlich, was Kisten angeht. Speicher bitte. Okay. Schlafen? Ja. Und das ist das Fleisch nicht verkleidet. Ich habe das Fleisch jetzt schon in die Kiste gepackt. Ich esse nicht mehr. Da. Und doch eins. Ich trink zweimal, du trink zweimal. Okay, essen bin ich voll. Das bin ich auch voll. Naja. Okay, gut. Ich habe eigentlich alles. So, wir könnten jetzt, trinken noch nicht, aber essen. Wir könnten jetzt Fische hier angehen. Hier? Hier. Die hier dran machen und rüber zum Boot bringen. Dass wir schon mal Nahrung vielleicht voll haben und vielleicht auch schon, ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich möchte nach Hause. Okay, dann lass uns nach Hause. Ich bin so, dass ich sage, ich möchte nach Hause. At home. Ich möchte zum, ähm, gucken wie in einem Kyroskopter. Halt! Guck doch aufs, äh, eins, eins. Allerdings. Was alles? Ich habe zwei Truhen eingesammelt. Okay, und... Hopp. Du musst drehen. Bye. In meine Richtung. Weil das, was du siehst, ist jetzt die in hier. War aber cool. Ja. Hat Spaß gemacht. Also, das Boot... Interessant. Also, mit dem Gyro... Ich bin ganz ehrlich, also, ich möchte auch das Boot noch nicht haben. Ja, oder das Flugzeug. Ich möchte gerne erst den Gyrokopter bauen. Deswegen, ähm... Und auf kurz oder lang werden wir wohl auch die Megalodon und die Riesenklappe platt machen müssen. Ja, ja, müssen wir ja auch. Also, ich glaube nicht, dass wir, ähm... Deswegen sage ich ja, ich würde... Du musst rechts ran vorbei. Ja. Ähm... Deswegen sage ich ja, ich würde persönlich, ähm, noch gar nicht so... Da hinfahren oder hinfliegen. Naja, ich sag mal so, äh, dass wir, dass wir die Bauteile noch nicht, äh, haben und ähnliches, das ist ganz klar. Ja, aber, dass wir halt, äh, schon mal Nahrung und Wasser voll machen können. Ja. Weil, das hängt uns nachher... Nachher haben wir die Bauteile. Nachher wollen wir... Wollen wir los, sozusagen. Und dann müssen wir noch warten. Essen. Trinken. Ja. Das ist halt das, was halt auch mit am längsten dauert. Weil, ich will ja nicht... Ihr habt ja selbst gesehen, ich hab meine beiden Flaschen noch eingemacht. Das Ding ist jetzt so viel voll geworden. Da muss ich drüber reden. Falls ihr euch wundert... Ja, warum ich mich hier kratze. Mein Sohn hat mich gekratzt. Oh, Alter. Was ist das? Wirklich? Das sieht aus, ob da auch was versunken ist, oder? Nee, das ist... Insel, ne? Du hast doch vorne einen geilen Platz. Warum? Schatten. Achso, in der Flagge. Ja, stimmt. Cool. Nee, wegen dem Ding. Ja. Ist doch gut. Ist doch schön. Ich glaube, da links ist unsere Ende schon. Und? Meinst du die da? Ja. Nee. Warte mal, das ist müsste die sein, oder? Kann sein. Ich sehe es nicht. Kannst du dich mal nach links umdrehen? Nee, das ist die. Das ist unsere. Hm? Das ist die Container. Weißt du, was das geilste ist? Weißt du, was wirklich das geilste ist? Alter. Ich wusste, wo er war. Aber ich wollte erst mal noch laut gehen und vollkommen, wo du reagierst. Alter. Ey, ich habe gerade wirklich gedacht, so... Fuck. Vielleicht müsste man doch unsere Hütte sehen. Vielleicht brennt es da. Ähm. Hütte nicht, aber die Gästen stehen. Scheiß auf die Hütte. Ja. Wir sind wieder hier. Boden. Ach. Oh nein. Verdorben. Und sehr kein Wasser. Was denn? Die, 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 die eine Frucht hat kein Wasser, also, oder? Ich habe doch... Ja, ist ja egal. Ja, aber die sieht kaputt aus. Kartoffeln, äh, Wasser muss aufgefüllt werden. Ja, Wasser muss bei allen aufgefüllt werden. Ich kann nicht mehr Wasser halten. Äh. Also, ich kann dir sagen, die Pflanze können wir ja abernten. Ja. Da kann ich nicht mal mehr Wasser. Schade. Aber... Alter, wie viel Holz ist denn hier drin? Ich kann sie wieder einpflanzen. Das brennt, äh, da brauchst du kein Holz reinpacken. Ach so. Ach, stimmt ja, war ja irgendwas. So, wie sieht denn... Oh, hier, ich muss trinken erst mal. Da muss ich gerade eine zweite Probe, sonst würde ich probieren. Ach nee, ich habe eine aufgebraucht. Ach, ich bin wieder fast voll. Ach. Du könntest dann nochmal beim... bei den Beten auch gleich nachlegen. Hattest du Kartoffeln schon abgeerntet? Ja. Das habe ich getan. Und gleich den gepackt, ich stelle gerade Benzin schon her, wir. Weil dann ist nämlich gleich, weißt du? Okay. War ja nur der eine, ne? Ja, ja. Könnten auch mal einen zweiten Don. Ganz ehrlich, mache ich auch gleich. Okay. 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 Und das alljährliche, wir räumen das Boot auf, geht wieder los. Na. Ist so, ey. Guck da mal, was du aus diesem Copter-Ding machen kannst dann gleich. Das reizt nicht. Und ich glaube, ähm, alle anderen auch. Bin ich fester Meinung. Da sind die, da sind die, 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 ich weiß, was man daraus machen kann. Was denn? Zeige ich dir. Warte, erstmal muss ich kurz, lege ich hier nochmal mit Herrschrott ab und so. Und dann zeige ich euch das. Wir haben uns auch immer gefragt, was ist, was ist das für eine Einheit? Ja. Was wir bei dem Gyrocopter hatten. Diese Einheiten, die oberen, für den Sitz und für das Fundament. Ja. Das ist dafür? Das sind die. Also kannst du das jetzt herstellen? Mach doch. Ja. Ach, geil. Yippiei, Schweinebacke. Also, es wäre so geil. Wo, wo, wo platziere ich denn erstmal? Einfach hier ran fahren und sagen, entleeren in die Lager rein. Zack, und das entleert sich automatisch alles. Ich baue den jetzt hier hin, okay? Ja, mach mal. Guckst du? Ja, geil. Ja, cool. Und da haben wir den Gyrocopter. Da ist nur ein Einsitzer. Ja, ist ja egal. So. Wir haben, wenn wir jetzt nochmal Gyrocopter-Einheiten finden sollten, irgendwo, dann können wir mal einen zweiten Board. Haben wir hier nichts mit, oder was? Nee, wir haben noch eine Einheit. Nee, bringt halt nicht viel. Wenn wir mal einen zweiten Board anbezogen haben. Oh, guck mal! Ja. Und der Board anbezogen. Ich seh, es kommt. Gleich fliegen war schon. Ich wollte gerade sagen, gleich fahren. Wenn sie nicht heute noch fahren, fahren sie morgen. Ich würde das auch machen. Also ich finde ganz ehrlich, das ist so eine Sache, die mich am meisten nervt. Das Bootleerräumen. Das wir jetzt keinen Hammer haben. Hammer habe ich, dass ich keinen Platz im Inventar habe. Hier ist nur mal so den beiden noch eine Kiste leer. Also einen Platz leer. Da? Da? Ja. Jetzt noch mal eine Kiste. So. Was fehlt uns? Uns fehlt ein Motor. Ja. Und dem Motor sollte es ja nicht scheitern. Ja. Ja. Ladies and Gentlemen. Nein, 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 Moment. Eine Sache fehlt noch. Ah, guck mal, da brauche ich noch einen. Was denn, Motor? Nee, dieses Gurocopter-Teil. Was ist das? Ist das die Batterie? Zeit mal. Ja. Wo bist du denn hin? Ja, dahinter bin ich. Da. Cool. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das ist mal ein Hammer. Und der Hammer, der geht so und der Hammer, der geht so und der Hammer, der geht so und der Hammer. Guck mal, hier liegen zwei Hammer. Da liegt einer. Ja, super. Und da liegt einer. Und der 만例. Das wäre cool, wenn wir jetzt zwei davon bauen könnten. Ja, wie gesagt, o o o o o o o o o... Kann denn sie? Tja, aber ich kann mich auch nicht reinsetzen. Das ist jetzt, dass du erst starten musst. Guck mal, er fliegt schon. Oh, da kannst du nichts draufsetzen, ne? Wie meinst du? Wie meinst du das draufsetzen? Kann ich vielleicht mitfahren? Mitfliegen? Ich seh's, komm, du hackst jetzt mich oder so, ey. Komm, ey, wirklich, ohne Flachs. Ist er fertig? Ich fliege. Aber wie bin ich hochgegangen? Flieg mal, flieg mal irgendwie zu einer Insel. Du mir den Gewalt, flieg einfach mal zu einer Insel. Halt aber den Treibstoff im Auge, du hast die Anzeige da unten. Hi. Alter. Wie kommst du hier runter? Soll ich dir ehrlich sagen? Keine Ahnung. Da, so. Komm ich will auch mal. Ja, ich komm schon runter. Ich will auch mal, ich will auch mal. Ich will auch mal, ich will auch mal. Das ist ein Spielzeug. Okay, damit haben wir unseren Hubschrauber gebaut. Cool. Tschüss. Geil. Ey, macht Spaß damit, ey. So, komm mal her. Lass uns mal bitte abschleichen. Wir sind sowieso am Ende der Folge. Und dann will ich versuchen mal mit draufzukommen. Außerhalb der Folge. Wir sind am Ende der Folge. Nein, wir zeigen das doch in der Folge. Speicher lieber erstmal. Ja, deswegen sag ich ja, speichern bitte. Auf welcher Tag bist du runtergegangen? Der hier. Also B. Richtig cool. Macht Spaß. Oh, vergiss eins bitte nicht? Ja. Ach, okay. Motor, wir fahren alleine auf. Okay, pass auf, wir speichern einmal. Weil nicht, dass wir jetzt einen haben, der gleich drauf geht. Darum ja. Okay, gespeichert? Mhm. Los. Drauf? Warte doch mal jetzt mal. Ich bin mit drauf. Das Problem ist, ich fliege jetzt. Warte, ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal. Au, 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 au. Du hast ja etwas gebrochen. Wir brauchen eine Schiene. Wir brauchen noch eine Schiene, Leute. Die Schiene müssen wir jetzt noch machen für ihn. Warum? Was willst du machen? Die Schienen, Junge. Ja, aber warum, was willst du machen? Du bist... Nein, du hast ja was gebrochen, du kannst nicht springen. Wir haben doch gespeichert, wir können doch zurückgehen. Nein, wenn dann morgen jetzt hier... Du kriegst jetzt genau so eine Schiene wie ich. Ach Gott, ey. Nein. Wo bist du? Gleich beim Essen, ne? Da. Ja, geh mal ein Stückchen. Geh mal ein Stückchen ins Wasser, ins Licht. Ich will mal sehen, wie du humpelst. Okay, hier, pass auf. Ich kann mich noch nicht mal bücken, doch. Hier, da. Da ist die Schiene. Ne, da. Habe ich meine Schiene noch um? Nein. Du hast deine aber jetzt. Cool, ne? Gut, Leute. Ende der Folge. Hat Spaß gemacht. Wir haben einen Helikopter. Ne, wie heißen die? Gyroscopter, ne? Gyro... Gyrocopter. Gyrocopter. So, auf jeden Fall... Was? Ja, super. Danke schön. Auf jeden Fall lasst ihr dabei. Wart sehr, sehr lieb. Und Dankeschön fürs Zoom, Schauen, Reinschauen. Lasst ein Abo, Kommentar da und alles Mögliche. Klingel nicht vergessen. Und... Klingel. Glocke. Genau. Und in die Kommentare. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben den Gyrocopter. Sollen wir jetzt Vorräte schon mal zum Flugzeug bringen? Oder... Keine Ahnung. Sagt was. Also haut rein. Bis dann. Tschüssi.